hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video und wir steigen gleich ein und zwar sitze ich in einem sead ebiza und ich dachte wir fahren mal eine gemütliche runde weil an diesem fahrzeug läuft die gebrauchtwagen garantie ab beziehungsweise auch kulanz ja also wir gehen es glaube ich erst zulassung anfangen 2020 wir haben jetzt erstes quartal 2024 das heißt in der regel habt ihr ein jahr lang garantie beziehungsweise sachmangelhaftung und das ganze ist natürlich auch ein bisschen verzwickt alles ist ja in deutschland geregelt so mit sachmangelhaftung pipapo fakt ist es macht durchaus sinn bevor alles abläuft das auto sich noch mal dem detail anzuschauen und gerade wenn es ein auto aus dem volkswagen konzern ist macht das wahrscheinlich noch doppelt so viel sinn dass man also wirklich sagt hey wir gucken uns das wirklich denn quasi jetzt noch mal warum das ganze hier brennt auch die service anzeige und das ist natürlich dann auch sehr das auto natürlich mit einem frischen service bekommen das ja ist jetzt auch so quasi kann man sagen um und es wird sie natürlich laut anzeige daran erinnert und das ist natürlich schon der erste kostenfaktor nach vier jahren den service irgendwo günstig machen lassen oder doch noch mal zu seat fahren das heißt wenn jetzt hier was dran ist dann schicken wir sie zu seat und wenn nichts dran ist dann werden wir den service wahrscheinlich selber machen ja also ich mag den seat ibiza den zeige ich euch jetzt gleich auch noch mal von innen ich finde das richtig groß und erwachsen geworden also ich glaube der auris ist was innen anbelangt genauso groß oder klein je nachdem wie man es möchte und ich sage ja immer es muss nicht immer ein golf sein bzw auch für den opel astra und manchmal tut es eben der seat ibiza der polo und der wie heißt der korsa das sind ja mittlerweile auch völlig erwachsene autos die durchaus reichen und während ja früher einen kleinen modell immer ein bisschen ausstatten gespart wurde kriegt man den natürlich auch schon ganz gut ausgestattet und hier ich mag das ich habe eine super rund umsicht und jetzt werde ich mal eben hier wochen paket weg bringen deswegen augenblick warten dann geht es weiter ich sage es ja immer für manche leute ist eine packstation schon eine herausforderung ja 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 so farbliche rückfahrkamera da merkt man wieder doch dass hier ein dreizylinder drin ist ich weiß gar nicht wie viel leistung das ding hat aber blende ich euch auf jeden fall mal ein das heißt wir düsen eine runde hören erstmal nach geräuschen denn so ein radlager der kilometerstand ist übrigens 60.000 und so ein radlager kann natürlich auch über 60.000 schon kaputt sein das meine ich sind immer alles so dinge die dann vielleicht die man so gar nicht mitbekommen wo man dann vielleicht auch nicht weiß sind jetzt die reifen sind das radlager und da macht es durchaus sinn vielleicht jemanden fahren zu lassen der ein bisschen mehr ahnung hat als man selber kann man dann wenigstens noch mal hinfahren und sagen hey ich habe ein groß vorne konnte noch mal eben nachschauen und vielleicht stellt sich die hausradlager kaputt oder keine ahnung was da alles passiert sein kann also vorher vorher dem ablauf der garantie einmal unter sein auto entweder selbst zu schauen oder gucken zu lassen macht schon sinn so herum aber ja auch so schritte ja wohl schon sagen so an sich läuft das ding schon ganz gut mutere drei freunde zappeln da vorne drin rum aber ich sag mal wenn du viel in der stadt unterwegs bis reicht so ein wegelchen voll und ganz den ganzen tag hat es nicht geregnet jetzt wo ich in der garage war da fängt es an so sicher wird das ist in ordnung das ist auch in ordnung ich war schon lange schlüssig kurs gehen die gehen nämlich nicht da geht es nämlich schon los leer leer oder kaputt also die straße ist jetzt einigermaßen schlecht das ist gut und ich würde sagen ich höre erst mal so nix also von der seite aus in ordnung übrigens steht das dinge hier bei sechs liter also ich habe das auto vorher noch nie gefahren verbraucht jetzt geht also langsam hoch auf 6,3 aber ich glaube dass also ich finde dieses auto auch von dieser alten jetzt alcantara sitzt hier drin getönte scheiben dunkelblau metallik ambientebeleuchtung rechts und links und so ist gut ist gut ja ich würde sagen so laufen tut das ding erst mal wir fahren jetzt in die garage und gucken einmal drunter und werden mal schauen ob wir da was haben was wir vielleicht noch irgendwie beanstanden müssen ja los geht's so leute bevor es jetzt dunkel wird ich lasse ich euch mal eben jetzt auf die schnelle mit gucken und los also das ist jetzt hier das armaturenbrett und man kann das hier also auch ganz genau so einstellen man kann das also auch verändern auch so in rundinstrumente ja das ist quasi das lenkrad ein bisschen abgeflacht fr ja und das ist quasi so das mittelteil das ist handschuhfach armaturenbrett ja und das sind die sitze also diese alcantara und wir haben hier ganz normal eine ganz normale feststellbremse und wir haben hier ein sechsgang schaltgetriebe drin startknopf kupplung treten so sieht das ganze dann aus ja in bitte inspektion durchführen lassen so das sind jetzt hier die die bedienelemente hier habt ihr unten das ambientelicht noch drin und ich finde von der größe her und vom raumgefühl her ich meine ich bin 1 780 ist das kein schlechtes auto also ich finde die dinge haben mittlerweile richtig gut geworden und von der größe her auf jeden fall auch in ordnung da müsst ihr eben schauen ob er mit sowas klarkommt aber ich sag mal ich kann da wirklich nichts negatives sagen wie das ding ist einfach zu fahren einfach zu bedienen du hast zwar sicherlich jetzt hier auch ein bisschen mit touchscreen das ist bin ich jetzt nicht so für aber du hast durch den klassiker laut leise den drehknopf und ja ich würde sagen wir gucken mal rein geben das ding mal hoch und gucken mal was machen das heißt wartungen haben wir auf jeden fall schon mal und ja wir gucken jetzt mal bei 60.000 irgendwas was da so dran ist ja schauen wir mal schauen wir mal nach ob das ding verbraucht sind wir einen ölmessstab raus 60.000 ist der kilometer stand und ich glaube die kisten müssen sowieso einmal im jahr aber sicher bin ich mir ehrlich gesagt nicht ich bin mal gespannt ob was fehlt wie viel fehlt er steht der steht genau über maximum ja und ich kann mir nicht vorstellen dass die jenige öl nachgeguckt hat aber ist okay also ich sag mal da haben wir dann zum beispiel erstmal nichts zu befürchten denn über 60.000 nichts nachfüllen muss ist das doch gar nicht so schlecht so wir machen mal einen runden umblick und schauen mal gucken wir mal also mittlerweile so eine batterie auch winzig ne so alles hier ein bisschen unter spannung nicht dass sowas natürlich ist das alles ein bisschen unter spannung das ist doch prädestiniert dafür dass das irgendwann mal hier an seinem stecker hier abreißt ein bisschen komisch ein bisschen müssen ein bisschen rüber ziehen dass das ein bisschen entspannter ist dann machst du einmal den deckel auf da kommst du dagegen hast den stecker schon in der hand so aber ansonsten drei muntere freunde ja so sieht das ganze hier drin aus turbo motor mittlerweile mittlerweile weiß man gar nicht mehr was drin ist ja man nämlich einfach dieses g12 13 pipapo so nicht lesbar einfach nachschauen wenn wir nachschauen müssen was drin ist hier ich weiß nicht was das sein soll ob das jetzt hier für malerschutz ist oder so oder irgendwie styropor was vergessen es ist so keine ahnung ich kenne das nicht aber vielleicht ist es könnte natürlich runter in die kommentare schreiben so wasserkasten ist sogar sauber ja bis auf die zwei blätter die kriegen da sammelt sich so ein bisschen was aber schließen gleich weg das sieht ja erstmal soweit ganz gut aus ansonsten ich sehe jetzt erstmal nicht dass irgendwie was ab ist was los ist das sieht doch auch gut aus dass auch gut aus um wasserstand steht da jetzt ja steht aber minder zwischen min und max also nicht mehr ganz beim max aber das ist okay ja also da hätte ich jetzt so gesagt wenn er jetzt ein jahr lang keiner dran war ist das in ordnung so dass das dass das video das sieht doch gut aus hier ja hier auch das soll wahrscheinlich irgendwie so maler schutz sein also ich habe keine ahnung ich weiß es nicht ja aber das ist zuerst mal in orte ist jetzt nicht wo das serviceheft ist was für ein service fertig ist da muss natürlich nachgucken das was wir natürlich aber auf jeden fall messen werden ist eben die bremsflüssigkeit das heißt wir halten eben den test da rein und wenn dann schauen was der quasi sagt das den kennt er mittlerweile und ja es ist immer die einfachste methode mittlerweile ist ja auch bei den fahrzeugen das checkheft digital finde ich jetzt nicht ganz so geil weil einfach so ein stück papier das lässt sich auch nachvollziehen das kann man dem dem käufer wenn man das auto verkauft auch direkt zeigen und sagen hier das habe ich noch gemacht du kannst du deine eigenen notizen da rein machen also so ein eigenes serviceheft macht schon sinn also ich sag mal einfach nur dass wenn ihr den weitungsintervall für euch dann irgendwann macht habt ihr vielleicht keine möglichkeit den service da irgendwie einzugeben und da ist so ein blatt papier und so ein serviceheft kannst ja erst sagen okay bis 60.000 bei seat gewartet worden und danach hat man das dann selber gemacht aber trotzdem kann man ja jede jeder reifenwechsel oder jede jede geschichte was man jetzt so mag drehmomente und weiß der kuckuck was also man kann das schon so ein bisschen personalisieren das finde ich auch ganz wichtig das fördert auch so ein bisschen die identifikation mit dem auto wenn man da bock drauf hat wenn es nicht interessiert ist das schon klar sie wollen dann einfach nur die wartung gemacht haben verstehe ich auch aber ich sag mal das hat ja ist ja auch irgendwann so historischer hat ja auch so ein historischen wert so wir messen mal eben ja und wie wir sehen haben wir jetzt hier zwei prozent geht in richtung drei prozent also ich glaube wenn wir da ein service machen dann steht die bremsflüssigkeit nächstes jahr bei drei prozent ja müssen wir gucken ich würde fast sagen rausschmeißen ja aber ansonsten sieht das ding erstmal hier vom motorraum sehr gut aus dann machen wir eben unseren rundgang und guck mal ob alles gerade ist so das sieht alles bombe aus das gut aus das scheint nicht einzurasten hier aber okay es ist ganz ausgefedert naja es passt schon so 60.000 hat der stuhl weg das ist bestimmt schon mal eine neue bremse drauf gekommen denn 60.000 ist die mit sicherheit nicht alt bremscheiben sind soweit in ordnung winter reifen sind montiert ich habe schon einmal durchgedreht ob da irgendwelche nägel im reifen sind hier das müssen wir sauber machen nur so vier fünf jahre auf jeden fall mal hinter gucken dass das alles in ordnung ist hier sieht man auch so ein bisschen den tritt aber das kriegen wir hin so jetzt hier hinten schaut die bremse sieht nicht mehr ganz so schön aus von der belachstärke scheiben okay aber die kosten jetzt auch nicht die welt ansonsten stoßdämpfer sind da reifen sind auch noch vorhanden alles gut das sieht alles bombe aus das heißt das heißt bremse hinten in kürze aber da brauchen wir jetzt erstmal keine panik schieben ein bisschen geht ja noch auf jeden fall aber wenn es immer so schaut also richtig viel ist das nicht mehr und bevor nachher alles fest hängt und klemmt glaube ich ist das gar nicht so schlecht ihr das zu empfehlen neu zu machen gucken wir mal hier gucken wir mal da ja das ist auch ja ja ihnen sieht ja meistens immer noch ein bisschen schlimmer aus aber räder drehen freifelgen sind auch noch heile stoße immer sind dicht wunderbar und schauen wir hier noch mal final ich würde sagen das sieht auch gut aus so viel tiefe ist okay so nach stärke ist auch okay sieht man aus sieht man aus auf die felgen gut hier kann man das natürlich super sehen aber das können wir noch lassen hier findet natürlich so ein bisschen der rost auf dem auf dem teller hier an das sieht natürlich ganz so schön aus ok scheiben und belege sind in ordnung ja mittlerweile kann man nämlich fast gar nichts mehr sehen ja aber hängt jetzt zumindest schon mal keine öltropfen oder wassertropfen runter weil das auto ist komplett verkapselt von unten das heißt ihr müsst schon wirklich ganz genau in die ecken da mal fühlen lenkmanschetten das geht auch schon mal kaputt obwohl hier kann jetzt eigentlich nichts mehr die lenkmanschetten zerstören wenn man es um das thema geht dass da was gegen fliegt oftmals geht es aber so dass die porös werden und dann springen die vielleicht vom linkgetriebe ab aber das sieht auch noch in ordnung aus also auch hier könnt ihr auch fast nichts mehr knieten da müsst ihr eine probefahrt machen um wirklich zu hören und zu sehen ob wirklich alles in ordnung ist oder eben die verkleidung abbauen aber das ist traggelenk ist auch in ordnung und das ist auch in ordnung ja kunststoffkoppelstangen bin ich jetzt persönlich nicht so ein freund von ja aber die haben nicht gepoltert also machen wir da auch nichts dran und ihr seht auch hier könnt ihr nicht vernünftig drücken kniehen und ja das ding ist wirklich komplett von unten verkapselt das ist schön für den kraftstoffverbrauch aber doof um wirklich mal nach dem rechten zu schauen auch hier wird es natürlich dann mittlerweile auch eng selbst mit meiner bühne ja da komme ich dann nämlich nicht mehr dran die sachen abzumachen ich denke wir das kriegen wir noch ab aber wenn wir erst das ab machen müssen um das abzumachen haben ein problem ja dann das ist wirklich mittlerweile sehr sehr doof geworden und das geht bis hinten hin das heißt im reparaturfall könnte man manche dinge mittlerweile hier schon gar nicht mit so einer bühne machen ja ich sag's mal so bei 60.000 also hier gehen die die zettel auch noch zurück hier kann man es jetzt noch ein bisschen besser sehen dass der innere auf jeden fall weiter runter ist als der äußere und ihr seht auch hier mittlerweile hier kraftstoff tanken das ist alles abgeflacht keine verwirbelung mehr aber schön fette hinterachslager dürfte zumindest so schnell nichts dran kommen und ja so sieht das ganze aus federn ich sag mal dass die federn brechen ist mir jetzt so nicht bekannt bei dem auto aber selbst auch hier habt ihr mittlerweile oder auch hier wenn ihr eingefedert habt dann geht dies natürlich auch in die waagerechte das heißt ihr habt wirklich ein unterboden der hatte keine verwirbelung mehr ausbrief ausbrief ist auch top das ist doch in ordnung ja ihr seht die autos werden immer mehr verkapselt unter oder werden immer mehr von unten verkapselt das hat natürlich vorteile was aerodynamik anbelangt und dann natürlich auch macht macht sich vielleicht auch keine ahnung irgendwie mit 0, irgendwas im kraftstoffverbrauch bemerkbar das mag gut sein windgeräusche ist wahrscheinlich auch ein thema dann wird so ein auto natürlich noch leiser aber wenn ihr da was abbauen müsst und ihr müsst natürlich dann auch erstmal keine ahnung da gefühlt fünf verkleidung abbauen um da irgendeine reparatur vorzunehmen das ganze nicht so gut und ihr seht rechts und links hätte ich jetzt zum beispiel mit meiner hiebebildung schon ein problem aber das wusste ich bei der anschaffung schon dass es irgendwann mal fahrzeuge gibt die wir dann auch so nicht reparieren können weil eben von der verkleidung her alles im weg ist aber das ist dann manchmal so also bis jetzt ich habe die hiebebühne jetzt keine ahnung fünf jahre vielleicht bis jetzt habe ich auch noch nicht wirklich viele leute wegschicken müssen wo ich gesagt habe hey das kann ich nicht abbauen weil diese diese verkleidung ein weg war also ihr kommt natürlich jetzt mit einer vernünftigen zwei säulen hiebebühne besser dran wenn ihr daran wollt weil es wäre natürlich wichtig zu erfahren das ist ja immer nur so eine plastik verkleidung die und das auto geschraubt wurde und da wäre es natürlich schon wichtig zu wissen muss man die auch irgendwann mal nach keine ahnung fünf sechs sieben acht jahren mal abbauen weil von dem rad der ganze dreck unter die verkleidung fliegt das heißt da laufen auch die bremsleitung her und wenn ihr dann da diese feuchte matsche dann alle in die verkleidung reinjagt weil das rad sich dreht dann ist sowas natürlich auch prädestiniert dass das nie wirklich trocken wird und dass dann da vielleicht auch irgendwelche rostschäden an der bremsleitung entstehen vielleicht vielleicht ist das gut gemeint was im im sinne des kraftstoffverbrauchs gut gemeint aber vielleicht nicht gut gemacht weil natürlich dann alles das was abgekapselt ist kann natürlich auch nicht vernünftig ausdünsten und auch nicht vernünftig trocknen aber ich glaube nach vier jahren brauchen wir da erstmal nicht nachschauen aber vielleicht habt ihr erfahrungen damit wenn ihr sagt hey ich habe noch nie so eine verkleidung abgemacht ich habe sie mal abgemacht und da hat mich der schlag getroffen so nach dem motto ja kann ja wirklich sein ich weiß es ehrlich gesagt nicht aber ich kann mir das schon vorstellen dass wenn da oben einmal direkt drauf liegt was natürlich sein kann wenn du durch pfützen fährst was logisch ist oder irgendwie mal schutter strecken oder was auch immer dass dann einfach dreck kieselsteine und was weiß ich nicht was alles auf den straßen ist sich genau dazwischen verfängt dass das ganze so ähnlich wird wie wir es dann an den radhäusern haben nobody knows wenn ihr es wisst könnt es gerne in die kommentare hauen wir fragen fehlerspeicher ab ja schauen wir nach intelligente diagnose ihr kennt den test dann mittlerweile wir lassen einmal alles durchrauschen und ähm getriebe ist nicht diagnosefähig ist ein ganz normales 6-gang schaltgetriebe deswegen rechne ich da euch doch erstmal nicht eine komplikation ding ding wir lassen ihn rödeln ja leute als hätte ich es nicht gewusst ist volkswagen konzern haben wir einen fehlerfreien volkswagen komplett fehlerfreien volkswagen in den letzten monaten wenn nicht jahren gehabt wir haben ein paar fehler drin so leute so sieht es aus und zwar verbrennungsaussetzer erkannt zylinder 1 tolle wurst das geht gleich so weiter wie bei den vorgängermodellen und fenster über vorne keine Grundeinstellung ok das kriegen wir hin schalttafel einsatz funktions und funktionseinschränkungen wegen kommunikationsstörung lenkhilfe haben auch drin interne störung was immer das so ist wir machen jetzt auf jeden fall erst mal bericht das werden wir sagen so das ist das stötigen perfekt so muss das sein kilometer stand ist 60 668 tja leute was machen was machen ich glaube verbrennungsaussetzer auf zylinder 1 das wird wieder so klassiker sein ich habe jetzt kein service jetzt gefunden das kann sein dass der auch erst bei 60.000 zündkerzen kriegt das heißt jetzt wäre der große service dran das weiß ich aber nicht das muss ich erfragen was wiederum bedeutet dann kämen die kerzen neu und dann müssten wir wahrscheinlich auch erstmal die spule neu machen machen wir eine spule neu nein machen wir nicht wir machen drei spuren neu so und das ist natürlich die masterfrage wenn wir jetzt alles mal hier so zusammen addieren also wartung komplett wahrscheinlich mit bremsflüssigkeit zündkerzen und einer spule bremse hinten würde ich vielleicht noch einen monat geben aber wenn das ding wieder top haben wird wird es zeit und natürlich dann die entsprechenden radläufe da vorne rechts und links sauber machen also ihr seht es kann durchaus sinn machen vielleicht einfach mal kurz vor ablauf der garantie da jetzt noch mal fehlerspeicher abzufragen und das auto ganz einfach mal durchgucken zu lassen ja der könnte auch zu einer prüforganisation fahren dann lasst der einfach eine abnahme machen ohne abgasuntersuchung dann hat euch ein profi für 90 euro das auto durchgeguckt das machen das kann man auch machen ja also ich sag mal gerade wenn so garantie und gewährleistung abläuft kann das durchaus sinn machen dann wirklich zum tüv zu fahren einfach zu sagen pass auf wir machen keine au ja sondern einfach nur zack bumm guck nach ob alles in ordnung ist meistens bieten die auch so ein check an ja und dann ist gut ja dann seid ihr auf der sicheren seite und hier muss man jetzt überlegen ja wenn sie jetzt dahin fährt und diese verbrennungsaussetzer ich habe den fehler fehlerspeicher jetzt auch noch nicht gelöscht den verbrennungsaussetzer jetzt reklamiert kriegt sie was was kriegt bekommt sie jetzt wieder ist das jetzt so eine geschichte mit bis 100.000 kilometer christ alles ersetzt sowohl lohn als auch teile ja das setzt aber dann voraus dass du jetzt auch nochmal den service da machen lässt oder sie spart darüber natürlich kohle wenn sie den service hier bei mir macht und ich mache die zündspulen also günstiger wird es auf jeden fall die frage ist was ist es wenn es das nicht ist ja also zu 99 prozent glaube ich wird die spule sein und die kerzen natürlich dann neu aber so einfach und so schnell kann das gehen also rein kostentechnisch kann man natürlich sagen bin ich natürlich jetzt hier mit meinen sachen um einiges günstiger als jetzt die fachwerkstatt willst du aber mobilitätsgarantie willst du den den original stempel haben wo auch immer was auch immer dann bist du natürlich bei oe besser aufgehoben das ist einfach so und das ist jetzt eine abwägung und da muss sie jetzt letztendlich die entscheidung treffen und sagen pass auf macht den service macht die drei spulen macht die kerzen macht den macht das alles neu macht die radläufe und man spart darüber geld oder sie fährt natürlich dann um wirklich die garantie vielleicht noch zu nutzen und lässt sich vielleicht dann die eine ne also ich sag mal über bei solchen sachen ist es immer so da wird nicht vorausschauend repariert wenn wenn da eine spule kaputt ist da kommt auch nur eine spule neu die werden dir dann sagen hey es macht sinn von den anderen beiden selena die spulen auch zu tauschen aber die müssten sie dann selber bezahlen ja also die werden nicht aus ich sag mal kulanz gründen da jetzt drei neue spulen rein machen sondern die werden vielleicht sogar sowieso erst den fehlerspeicher löschen weil sie hat jetzt nicht gesagt dass das ding irgendwie nicht wirklich läuft oder dass da irgendwas dran ist ja leute so einfach und so schnell kann das gehen wie gesagt ist eine option für euch und bis jetzt war immer noch irgendwas dran ich hatte den einen tag hier noch ein bmw den sollte ich mir auch einmal ganz kurz angucken waren dann die ich die scheinwerfer waren dann nass die hat er jetzt auch noch mal reklamiert und das sind mal eben locker keine ahnung dann 4000 euro mitmachen ja lass da mal neue led dinge an so ein 5er bmw rein machen da fängst du aber da fängst du aber lange hin zu kotzen das sag ich euch aber und das sind so die dinge das heißt nicht nur kaufen und die garantie verstreichen lassen investiert den meinetwegen hunderter beim tüpf oder bei wem auch immer und lasst euer auto einfach nochmal von jemand der das auto nicht kennt durchgucken der hat da keinen bezug zu der betrachtet das meistens immer auf eine recht sachliche unnatürliche art ja leute ich bin für heute raus vielen vielen dank dass du dir dieses video bis hierhin angeschaut hast und ja ich glaube in den nächsten videos werdet ihr dann sehen für was sich die kundin entschieden hat ob wir hier alles machen sollen oder ob wir dann gar nichts mehr machen sollen und sie lässt dann vielleicht außer die bremse ja weil die bremse ich lass mal lass mal die bremse jetzt hinten machen bei seat lass mal den kompletten service machen bei seat und drei spuren bei seat da könnt ihr mal in die kommentare hauen was die drei reparation kosten ich bin wie gesagt wollte raus bis denne tschau